So Leute, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen, aber feinen Infovideo, nämlich wenn ihr, wie ich jetzt zum Beispiel, jede wöchentliche Aufgabe mitgenommen habt, um den Stil hier nämlich freizuschalten, brauchen wir insgesamt 70 epische Aufgaben. Aber dazu zählen halt wirklich nur die epischen Aufgaben, die wirklich Donnerstags rauskamen. Also nicht wundern, warum ihr vielleicht noch weniger habt. Also einfach alle epischen Aufträge abschließen, das sind die lilanen Aufgaben und so easy könnt ihr dann Rebirth Raven freischalten. Wir gucken sie uns natürlich gerade nochmal an, wie sie dann in der Lobby aussieht. Zack, ja, nice. Auf jeden Fall nicht schlecht, also kann ich nur weiterempfehlen und ihr denkt dran, wenn ihr wissen wollt, wie viel euch noch fehlt, geht einfach im Battle Pass bis nach ganz hinten und dann einfach hier auf ihren Ziel drauf gehen. Bei mir steht natürlich jetzt nichts mehr, nämlich ich wollte nicht extra nochmal ein Video dafür machen, dass wir die heute freischalten können, denn das seht ihr ja jetzt schon. Also 70 epische Aufgaben, dann bekommt ihr auch den Stil und in dem Sinne würde ich sagen, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.